doch mach ich einfach mal so hier scharfe da wird schon das erste scharf rein so haben natürlich viel zu viele zäune gemacht aber egal ja kein törchen mehr da muss hier noch ein törchen rein und da kommen hier kühe rein orts aber das kuhfeld ist dann schon richtig riesig muss ich diesen gang eigentlich machen ja würde ich eigentlich schon gerne machen ja genau so das ist dann das schafgehege ist der erste brauche ich hier noch stellen zeugtchen ja genau ein törchen zorn zorn törchen passt ja eigentlich da mache ich da hühner kühe kühe brauchen wir ganz viele einfach mal so schweine und schafe eh nicht weil ich glaube die die scheren wir eh nur schweine bekommen wir eh noch nicht dafür brauchen erstmal karotten aber zombies oder so die spawnen jetzt irgendwie karotten manchmal zufalls generiert habe ich einmal schon erlebt etwas glück bekommen wir dann einfach da unsere karotten ich mache aber noch schnell ein zauntörchen wenn ich noch wüsste wie es geht ja gut zwei meine ich eins für hier und eins für da wo ich dann noch so einen weg hin machen werde wo es dann halt dann weiter in unsere welt geht aber ich gehe erstmal schlafen schnell und dann können wir ja schon mal die ersten tiere in unser schönes gehege locken das dach machen wir später wenn wir außenrum alles voll mit tieren ist hätte ich jetzt einfach mal so schön gesagt naja machen wir noch noch eins immer da welche hin da welche hin und hier eine hin aber gehen dann beide auf naja machen wir es so dass beide aufgehen ist doch auch schön ok hühner können wir auch schon mal anlocken wenn wir welche finden jetzt brauche ich aber erstmal ähm getreide und dann haben wir doch schon mal so einen schönen neuen abschnitt von unserer welt hier den weg können wir auch irgendwann mal weiter bauen so dann haben wir hier vielleicht können wir hier noch eine windmühle irgendwann hin bauen alles zu seiner zeit guck mal hier wie schönes ohr da können wir doch schon mal direkt zuschlagen zuschlagen im wahrsten sinne des wortes einfach mal auf die das zauentörchen mit dem schwert geschlagen ich sehe gleich jedes feld danach wenn wir es geerntet haben nicht dass wir es dann vergessen so dass aber noch nicht alles reif ich glaube bei den anderen feldern schon so schon 50 weizen 20 erst eine fisch haben wir das andere schon nehmen wir nicht mit der hacke ist noch nicht bearbeitet ok wahrscheinlich fällt noch ein bisschen was in den anderen graben so mache ich doch zwei felder gleich auf einmal einfach die felder die jetzt hier gerade sind eingezäunt hacke haben wir auch nicht dabei ne ne ähm aber stöcke und eisen hey so bauen wir doch mal schnell so ein ding noch dann können wir da drüben nämlich erstmal auch mal das feld bauen danach gehe ich nochmal die gräber ab weil da ist sicher was reingefallen ui sind wir doch schon voll ne also weizen kriegen wir hier auf jeden fall immer schön viel ich glaube da brauchen wir auch keine mechanische weil das reicht ja eigentlich und mit hand können wir das eigentlich auch schön machen hier so dann wird hier erstmal schön geerntet und den platz kümmern wir uns gleich also den platz fürs inventar im inventar meine ich gucken wir doch gleich mal was wir wegschmeißen können ich glaube ich schmeiß noch gar nichts weg ich glaube wir machen einfach ein bisschen brot und den rest heben wir dann noch selbst so auf da ist auch gar nichts reingefallen naja da fällt doch gar nicht so viele rein ich glaube wir haben das alles aufgenommen ne da liegt noch was da liegt noch was na super so haben wir trotzdem keinen platz aber wir können ja einen apfel essen ok na doch da liegt schon was ein paar körner ne so nehmen wir alle mal mit ja doch da liegt schon ein bisschen was aber vielleicht können wir da später auch so seeblätter drüber tun seerosen meine ich dann können wir da auch schön drüber laufen ich glaube dann fällt auch nichts rein ja so ne blöd von mir aber zum glück haben wir die Hacke ja gleich dabei so alles schön mitnehmen da ist nix drin naja warum mach ich zu ich muss ja noch raus aber hier ist noch ein bisschen was drin so hey dann war's das fürs erste hier vielleicht können wir sogar gleich das schaf da gleich mitnehmen wie viel weizen haben wir denn jetzt 64 und 1 komm mit du bist das erste tier was vielleicht über die brücke läuft wenn nicht schon ein anderes tier drüber gelaufen ist naja da drüben gibt es genug schafe lassen wir dich einfach mal da so du kannst mit ich bin gespannt ob wir noch hier irgendwo kühe müssen wir auch noch finden so komm mit ja so und rein da hey dann könnt ihr euch gleich mal kurz vermehren und dann ähm hole ich mir noch schnell die XP und dann gucke ich mal ob wir hier noch weitere Schafe finden aber erstmal esse ich was mit unserem schönen Brot was wir jetzt hier haben Kühe hätte ich jetzt echt gern vielleicht wenn wir ein bisschen laufen sehen wir äh Kühe und Hühne auch noch aber alles zu seiner Zeit ne ja dann hey naja es war ja klar dass du da reinfällst kommst du jetzt raus oder immer noch nicht naja mag wohl nicht mehr naja die 3 ähm werden uns da drin die auch noch reichen die können wir dann immer weiter vermehren oh die hab ich hier noch nie gesehen ok also wenn wir eine Höhle eine Schlucht brauchen dann haben wir doch hier schon mal was ich möchte mal nur gucken ob wir hier irgendwo noch Kühe haben die hätte ich auch noch gern in unserem Gehege aber ich sehe hier eigentlich nur Schweine hm am Tag und Pferde schon wieder zu Ponys ist ja alles voll mit Pferden aber das ist die Pferdewiese auf jeden Fall hallo ich habe immer noch nicht geguckt wie man das macht mit den Pferden ich bin nicht so ein Profi aber ich glaube einen goldenen Apfel oder so benötigen wir dafür da sind auch noch mehr mit der Pferde Untertitelung des ZDF, 2020